Guten Tag, liebe Stadtquess-Freunde. Die Figur des Gießerjungen am Rande des Marktplatzes vor dem Rathaus, vor dem alten Rathaus, geht auf eine sagenhafte Geschichte zurück. Und zwar, beim Guss des Reiterstandbildes von Jan Wellem sah der Gießerjunge von Meister Grupello, dass nicht genug Metall im Schmelztiegel war. Das Denkmal also drohte zu verunglücken. Und so lief der Junge dann in der Nachbarschaft rund um dem Marktplatz herum und sammelte altes Metall oder alte metallene Gegenstände, auch Schmuckstücke sollen darunter gewesen sein, sammelte alles ein und warf es in den Tiege. Dadurch wurde der Guss des reitenden Kurfürsten dann gerettet. Aus Dankbarkeit soll dann diese Figur aufgestellt worden sein. Ist alles eine Sage, eine schöne Geschichte. Die nächste Frage lautet, wo steht denn in Düsseldorf eine Gaststätte mit einer Kanone im Schild über dem Eingang? Und diese Gaststätte heißt auch fast so. Ich will... Ich werde... was ich pas